. Nicht Kate, sie soll die Royale Trauzeugin werden. Welche Dame macht das Rennen? Bei der Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle am 19. Mai sind immer noch sehr viele Fragen offen. Nicht nur das Thema Brautkleid hält die Fans der britischen Royals in Atem, sondern auch, wer die Trauzeugin der ehemaligen Schauspielerin sein wird. Nun ist sich ein Wettbüro sicher, nicht ihre Schwägerin Inspe, Herzogin Kate, 36, sondern ihre beste Freundin Jessica Mulrone konnte neben vor dem Traualtar stehen. . Wie der Mai berichtet, habe sich der Buchmacher Ladbrokes auf die kanadische Stühlistin festgelegt. . Jessica und lernten sich am Set von Suits kennen und seien seitdem unzertrennlich. . Deshalb stünden die Wettquoten nur noch 1 zu 4 für die 37-Jährige und damit könnte sie ihre prominenten Konkurrentinnen ausstichen. . Neben der Maskenbildnerin werden auch die Schauspielerinnen Priyanka Agbra, 35, und, 45, als Trauzeuginnen gehandelt. Bei Verlobtem ist die Frage nach dem Trauzeugen ebenso wenig geklärt. . Dass sich sein Bruder William, 35, revanchiert und ebenfalls neben ihm am Alter steht, gilt jedoch als unwahrscheinlich. . Stattdessen soll der Herzog von Kambrike den Junggesellenabschied für den Rotschopf organisieren. . 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